Hallo meine liebe, meine Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, eine kurze Information. Ich nehme erst wieder ab dem 1.6.2022 wieder Privatlegungen an. Ich bin derzeit komplett ausgebucht. Wenn du buchen möchtest, dann ab dem 1.6. wieder. Alle vorab Gebuchten gehen natürlich jetzt auch in dieser laufenden Zeit natürlich raus. Ein riesengroßes Dankeschön dafür und ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, was kommt ab dem morgigen Tag, Samstag, Sonntag und Montag auf dich zu. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich werde jetzt ein paar Minuten später nehmen. Schick das hier noch etwas rüber, damit du das alles ganz gut sehen kannst. Und dann, wenn ich jetzt die Treppe aus dem Wasser aus dem Wasser immer wieder etwas drüber nach oben Dann habe ich jetzt schon wieder die Treppe aus dem Wasser auf das Wasser und dann wieder die Treppe aus dem Wasser. ich habe das hier aber noch etwas umgestellt ich habe das hier aber noch etwas umgestellt ich habe das hier aber noch etwas Okay. So, ich denke mal, jetzt kannst du das ganz gut sehen. Noch eine. 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 So, meine liebe, meine Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich in den kommenden Tagen zeigen? Hier zeigt sich viel die Vergangenheit. Also entweder wirst du stetig mit der Vergangenheit konfrontiert. Das heißt, eine Situation, die du beendet hast, aber irgendwo in der Hinsicht kein Verständnis dafür da ist. Das kann jetzt ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin sein. Das kann eine vergangene Situation, Person sein, im Freundschaftlichen etc. oder etwas, wo du in freundschaftlicher Form etwas möchtest, diese Person aber diesbezüglich mehr möchte. Ja, also schau doch bitte individuell für dich. Ich sehe hier Themen, das hat sich in den vergangenen drei Tagen schon gezeigt, sich von Dingen eben auch zu lösen und zu befreien. Und hier ist der eine oder andere gefragt, in der direkten Kommunikation mit einer Person. Das kann eine Nachricht sein. Das kann jetzt sein, dass jemand plötzlich bei dir vor der Tür steht. Sowas bekomme ich hier auch rein. Ich hoffe, dich stört es hier nicht oder du bekommst es jetzt nicht so mit, hier donnerst gerade etwas, ein Gewitter ist hier im Vorbeiziehen. Ja, zurück einmal dazu. Also entweder wirst du direkt, dass jemand bei dir vor der Tür steht oder aber auch du wirst per WhatsApp, E-Mail, SMS da mit einer Person konfrontiert. Und wo du eigentlich schon deutlich etwas zur Sprache gebracht hast, irgendwie kommt da jemand immer und immer wieder auf dich zu. So bekomme ich das hier. Ja, das kann auch im Beruflichen sein. Also, dass du vielleicht gesagt hast, nein, ich möchte dann und dann Urlaub haben, bekomme ich hier auch. Du organisierst für die Familie, aber du wirst dann immer irgendwie kurz mal angerufen. Ja, so per Abruf bekomme ich auch, obwohl du etwas da geplant hast, bekomme ich hier. Also es zeigt sich hier viel, dass man mit dem Drumherum viel nochmal konfrontiert wird. Das sind die jetzigen Energien, um gewisse Themen hier zu klären, zu lösen. Das können hier Mutterthemen sein, das können Vaterthemen sein. Hier zeigt sich eine große Transformation an, ja, die aber im Globalen stattfindet. Also nicht nur vereinzelt, sondern im Globalen zeigt sich das ganz groß und ganz, ganz stark. Und dann wird man mit bewussten Dingen konfrontiert. Ja, was sind denn da diese Konflikte? Diese Konflikte anzuschauen. Wir haben hier das Nein. Wir haben, achte auch, die Warnsignale. Unabhängig von einer anderen Person. Also das ist hier sowas, etwas, was störend für dich ist, was du nicht möchtest. Wo immer wiederkehrend etwas auftritt, wo Streitigkeiten kommen, wo Konflikte kommen. Ja, berufliche Situation, privates Umfeld, freundschaftlich etc. Wo du vielleicht schon mehrfach eben auch gesagt hast, du möchtest das nicht, du hast keine Zeit. Und trotz alledem ist es hier so, wirst du wieder damit konfrontiert. Und das hat etwas ganz, ganz Bestimmtes auf sich, dass du da in die klare Entscheidungskraft gehst. Weil wir haben hier den Neubeginn, wir haben hier den Jachthafen. Und hier spiegelt sich die Altform-Situation. Du wirst hier definitiv beobachtet, ja. Das ist in der Liebe, also einmal das, was wirklich hier in der treuen Loyalität auch liegt. Andererseits aber auch etwas, wo Themen bei dem einen oder anderen sind. Dreiecks, Vier-Ex-Konstellationen, ja. Wo wird man gerade bewusst mit konfrontiert. Was ist hier nochmal die Situation des Herzschmerzes? Auch in diesen Dingen, dass eine Person, eine männliche Person, einmal nicht im Verständnis ist. Weil wir haben hier, Achtung auf die Warnsignale. Da komme ich gleich zu. Gleichzeitig die weibliche Person. Das ist also irrelevant, wie du hier schaust. Dass du dir irgendwo einen Freiraum dessen schaffen möchtest. Aber hier ist die bewusste Konfrontation mit der Situation, ja. Und irgendwo verletzt dich das immer wieder. Dass vielleicht immer wieder jemand, das ist hier so ein On-Off, aus der Vergangenheit wiederkommt. Und du hast die Situation aber schon abgeschlossen, ja. Diese Person kann entweder nicht mit dir abschließen oder aber auch, es ist eine Gegebenheit. Jetzt unabhängig von Seelenpartner. Das sind karmische Themen, die sich hier zeigen. Ja, auch in Seelenpartnerschaften ist es eine Situation, die dir Verletzungen aufzeigt. Das heißt, diese Person macht es nicht extra. Es geschieht bewusst, ja. Damit du eben da in diese Lernaufgabe gehen kannst. Dualseelenverbindung zeigt sich auch. Es zeigt sich hier eine starke Liebe. Es zeigt sich eine starke Verbindung mit einer Person. Kann jetzt natürlich auch hier der König der Stäbe sein. Hier weiß jemand definitiv, was er möchte. Er kommt mit Feuer auf dich zu. Wir haben hier im Hintergrund den Löwen. Diese Person ist sehr, sehr kraftvoll. Und diesbezüglich auch weiß er oder sie, was er möchte. Aber wir haben hier die weibliche Person sowie die männliche Person. Du bekommst eine Nachricht von einer Person, ja. Es ist hier viel in Planung. Es sind Treffen in Planung. Es ist allgemein viel in Planung, was jetzt hier bei dir generell geschieht. Wir haben das Haus. Du planst viel. Das kann im Umzug sein. Das kann in der beruflichen Veränderung sein. Du bist hier viel am Planen, ja. Du organisierst viel. Und dann bekomme ich die Gegebenheit, dass hier etwas eben störend ist, womit du wieder konfrontiert wirst. Dann kann es wiederum sein, dass du da eben für dich jetzt diese Entscheidung triffst. Das kann hier auch in Dingen sein, wo man vielleicht Mitleid hat, ja. Auch diese gewisse, ich kann das nicht, ja. Es geht momentan nicht. Also da nochmal klar etwas zur Aussprache zu bringen, das bekomme ich hier auch. Weil du gehst hier aus den Sorgen und Ängsten raus, ja. Das tiefe, tiefe, tiefe Unterbewusstsein kommt nach oben, ja. Es möchte raus. Ihr seht, dass etwas extrem nach oben kommt, was die Schmerzen ablöst. Hier findet eine Ablösung der Schmerzen statt. Nochmal zurück zu dieser Person, wo du vielleicht etwas klar zur Aussprache gebracht hast, wo sich etwas immer und immer wiederholt. Möchte diese Person sich einfach nichts davon annehmen. Das ist aber die Gegebenheit, die Lernaufgabe dieser Person. Das ist nicht deine Lernaufgabe. Du selber kannst ein Spiegel sein für eine andere Person. Und irrelevant, wer das in deinem Umfeld ist, ja. Wir haben hier die Hohepriesterin. Du weißt, um was es sich handelt. Du weißt, welche Entscheidung du treffen wirst. Das weißt du jetzt schon. Sprich, du hast im innerlichen tiefes Unterbewusstsein, hast du schon eine Entscheidung getroffen. Und diese ist dabei, sich zu manifestieren. Es zeigt sich hier viel in der Planung. Du bekommst ganz, ganz viele Zeichen und Signale. Achte bitte auf deine Träume, bekomme ich hier auch nochmal. Du holst dir vielleicht auch einen weisen Ratschlag in den Dingen. Ja, vielleicht wirst du mit etwas konfrontiert, wo sich hier eben auch das Stalking zeigt. Es zeigt sich nicht nur die Beobachtung, sondern es ist dieses, dass man eben ganz genau schaut. Was machst du? Was tust du? Ja, aber sich irgendwo hinter dem Eigentlichen versteckt. Sowohl als auch bekomme ich hier, ja. Ja, wir haben hier einmal Ärztin und Michael. Hilft dir, ganz klare und straighte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, was möchtest du? In dieser Gegebenheit, in dieser Situation mit dieser Person, ob das jetzt eine Ehe ist, ob das jetzt im Beruflichen ist, ob das im Freundschaftlichen ist, was möchtest du? Was hindert dich daran, bislang, was hindert dich bislang, diese Entscheidung zu treffen? Weil es kommt nach oben. Es möchte etwas raus. Du bringst etwas klar zur Aussprache, hast dich vielleicht auch noch mit Freunden beraten, bekomme ich hier auch. Kann auch diese Person sein, ja, wo man sich berät, wo man Entscheidungen treffen möchte, Entscheidungen im Hinblick deiner treffen möchte. Also, wenn du es hier nicht mit Dingen im Häuslichen zu tun hast, mit einem Partner oder generell mit Personen, ja, es können Kinder sein, das kann bei deinem Gegenüber sein, das kann hier mit einer Mutter sein, Vater sein, Großmutter auch sein, ja. Schau mal bitte, berätst du dich auch, also du holst dir diesbezüglich einen Ratschlag und achte immer bitte darauf, wenn du dir einen Ratschlag holst, wenn es im Freundschaftlichen ist, ja, was ist es denn, dieser Ratschlag? Ja, was fühlst du selber, was spürst du für dich, was ist richtig, ja, also nicht zu viel da auf andere zu hören. Du darfst und triffst letztendlich diese Entscheidung und nicht dritt oder viert oder fünf Personen, weil genau du bist in dieser Situation und irrelevant, was andere diesbezüglich da dich beraten. Wenn du natürlich in einer unglücklichen Partnerschaft bist und dir haben schon ganz, ganz viele Freunde gesagt, du bist vielleicht schon zehn Jahre vielleicht da drin und du schaffst es nicht alleine, ist es hier die Botschaft, dass du Hilfe und Unterstützung hast, dass die Freunde dir helfen möchten, aus dieser Situation rauszugehen. Also, es ist Hilfe und Unterstützung da, dass du selber auch vielleicht Freunde um Hilfe diesbezüglich fragst, ja. Also, hier findet auch eine Aussortierung statt, das ist hier definitiv so, weil wir haben Ernst Engel Michael und der trennt dich von all dem, was dir nicht mehr dienlich ist. Und das betone ich ja auch immer und immer wieder, ich arbeite selbst mit Ernst Engel Michael, du brauchst dafür keine Utensilien, wenn du möchtest, kannst du damit ins Gebet gehen. Also, es sind Schmerzen, aber er wird dich von diesen Dingen trennen und lösen, befreien. Das ist eine Befreiung, weil wir haben hier einmal den Europäer, die Unabhängigkeit und wir haben hier auch einmal die Freiheit, ja. Also, es zeigt sich hier etwas in der Freiheit, du möchtest dich aus gewissen Konflikten, sprich Vergangenheit lösen. Du möchtest mit einer Situation nicht immer und immer wieder konfrontiert werden, ja. Der eine oder andere ist hier schon lange in diesem On-Off, ja. Das heißt, du hörst zwei Monate etwas, dann wiederum hörst du ein halbes Jahr gar nichts und das möchtest du nicht mehr. Das hast du für dich ganz klar entschieden und das wird sich hier lösen, ja. Das ist definitiv hier so. Das liegt in der Ablösung, auch in Dingen, dass jemand, was dich beinhaltet, eben jetzt mehr in die Feuerenergie geht, ja. Weil hier eine Trennung schmerzt, das bekomme ich auch, es ist eine allgemeine Liebung. Schau hier bitte individuell für dich, ja. Es geht hier bei dem einen oder anderen um ganz, ganz viele Personen, mehrere Themen zugleich. Und das kann jetzt hier sein, dass du hier diese, in dieser Gegebenheit bist, Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe in Form, dass du befreit wirst. Kann aber auch sein, dass du schon längst in die Ablösung gegangen bist. Und dadurch kommt jetzt hier diese Liebe in dein Leben, ja. Weil wir haben hier gleichzeitig auch die Anziehungskraft, die Attraktivität. Also der eine oder andere ist sich hier dessen absolut bewusst. Und der andere wiederum ist hier in diesem Thema, dass man hier darauf hinaus arbeiten darf, ja. Das heißt, du darfst dir bewusst werden, wie wundervoll du bist. Wir haben hier auch die Beauty. Absolute Schönheit, absolutes Selbstwertgefühl, das sagt sich hier auch nochmal, ja. Und das bringst du diesbezüglich auch zur Sprache in Form, du weißt, was du in dein Leben ziehen möchtest. Sprich, potenzieller Partner und eben aber auch in deinen Dingen, wo du jetzt gerade in diesen Auswahlmöglichkeiten bist. Ich bekomme hier die Auswahlmöglichkeiten in Form, du hast die Auswahl. Also sowohl als auch sind hier Themen, wo du absolut im Selbstwert bist. In der Attraktivität, in der Vollkommenheit zu dir oder aber auch, dass du da reinkommen darfst. Deswegen betone ich das hier nochmal, ja. Ich bekomme das sowohl als auch. Denn irgendetwas ist hier in der Situation, dass etwas schmerzt. Dann wiederum, wenn du dich rausgenommen hast aus einer Gegebenheit, ist es so, dass diese Person da eben diesen Verlust spürt. Aber dann bist du der Spiegel, weil du weiter bist in dieser Lernaufgabe. Schau bitte, ja. Also wir haben hier einmal, lass dir von Freunden helfen, bitte andere Unterstützung und nimm sie an. Alles das, was ich schon sagte. Und es zeigt sich hier für dich ein Neubeginn. Also es kann auch etwas, was ich vorhin sagte, im freundschaftlichen eben sein. Und hier möchte eben diesbezüglich jemand mehr. Ja, daraus kann mehr werden, wenn du nicht in dieser Situation bist, dass hier etwas sich immer wieder als Albtraum-Situation zeigt. Man beobachtet dich, ja, und du spürst das. Die hohe Priesterin spürt das. Hier zeigt sich sehr stark die Intuition. Dann spürst du das auch schon. Schau bitte. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Hier beginnt etwas ganz, ganz Neues. Das mit absoluter Sicherheit, wenn du in dieser Energie bist. Das kann ich dir hier mit absoluter Sicherheit sagen. Wenn du hier noch Selbstwertthemen hast, dann werden auch diese jetzt mit den Energien geballt nach oben kommen, damit du dich lösen kannst und befreien kannst. Ja. Ich schau hier einmal weiter. Was möchte sich hier am darauffolgenden Tag für dich zeigen? Und auch da sind es Dinge, dass sich eine andere Person, bei dieser Person kann es sein, dass diese Person noch vergangene Dinge hat und hier versucht, gerade zu verarbeiten. Ja, und es ist nochmal das, was ich eben hier schon sagte, weil wir haben hier den Teufel, wir haben hier den Priester, wir haben den Stern und die drei der Stäbe. Verschaffe dir bitte einen Überblick in der Situation. Das ist ganz, ganz wichtig. Welche Wünsche hast du hier? Welche Wünsche hast du abgesendet? Dass du hier für dich wirklich schaust, jeder Wunsch geht in Erfüllung. Das kann ich dir auch mit absoluter Sicherheit sagen. Du kannst deinen Wunsch abgesendet haben vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Und du hast etwas vergessen. Plötzlich ist genau diese Situation in deinem Leben. Aber du bist schon längst in ganz, ganz anderen Gegebenheiten. Aber jetzt steht dieser Wunsch vor deiner Tür. Im Metaphorischen gesprochen. Dieser Wunsch ist da. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Vorsicht bitte mit Wünschen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist das Intensive. Das ist wirklich ein ganz, ganz intensiver Wunsch. Da kann in gewisser Gegebenheit eine Gefahrensituation nicht erkannt worden sein. In Form der Formulierung eben auch. Denn ich sehe, dass hier Wünsche manifestiert werden. Definitiv. Auch in diesen Dingen. Dass sich ein Wunsch erfüllen wird. Das zeigt sich hier definitiv. Das ist so. Und dass du dann nochmal mit einer Situation bewusst auch konfrontiert wirst. Wo diese Person entweder etwas verdrängt. Oder diese Person sich eben da aus diesem ganz, ganz anderen zeigt, was du eigentlich möchtest. Ja, schau da bitte, wie sich diese Person verhält. Ich sehe, dass du dir diesbezüglich einen Überblick verschaffen wirst. Und dadurch, dass du direkt damit konfrontiert wirst, wirst du dadurch klare Entscheidungen treffen. Und du hast hier mehreres auch hinter dir gelassen. Weil du stehst hier aufrecht. Irrelevant auch, wenn du als männliche Person schaust. Ja. Hier haben wir auch die männliche Person. Steht hier aufrecht. Das heißt, hier weißt du oder er oder sie, was man möchte. Man hat hier den Stab in der Hand. Und es kann sein, dass der eine oder andere, weil hier ist kein Stab in der Hand. Ja, ich kann jetzt um Reisen gehen, um Umzüge gehen. Dass du da für dich erst noch schaust. Wo soll es hingehen? Der eine oder andere ist hier vielleicht gar nicht so zielorientiert in der Hinsicht. Was möchte ich? Ja, was geschieht danach? Ja, dass man in einer Gegebenheit ist, wo man sich da gerade mit gewissen Dingen beschäftigt, ist aber so stark in Gegebenheiten, dass da eine Person, das kann jetzt hier für ein, zwei Personen sein, dass du mit etwas konfrontiert wirst und man möchte dir den Halt entziehen. Ja, in der Form, dass man es dir direkt dann eben auch sagt. Ja, in der Partnerschaft, wenn hier gewisse Konflikte, hier ist der Disput gefallen, da immer und immer wieder vonstatten gehen. Und es kann auch sein, dass du dir so sehr wünschst, dass diese Beziehung auch noch zu retten ist, dass man hier in Dingen, ja, sich vielleicht schon einen Eheberater mit hinzugezogen hast und dann kommen Dinge, es kommt immer und immer wieder, ja. Oder man hat sich ärztlichen Rat gesucht. Also schau da mal bitte, dass gewisse Themen da irgendwo immer und immer wieder hochkommen. Hochkochen auch bekomme ich hier, ja, dass etwas immer unter mir wieder aufgewühlt wird. Das heißt, jemand ist in den Vorwürfen, das kann hier einmal auch sein. Du hast mir aber das gesagt, du hast mir aber jenes gesagt. Das bekomme ich hier auch, ja. Und du leidest letztendlich in dieser ganzen Situation. Also einmal mit dem Hohen Priester und einmal hier mit der Karte der Teufel. Also ich sehe, dass du dich auf diese Dinge nicht mehr einlässt. Wiederkehrende Dinge, das ist irrelevant noch einmal, wo das ist. Viele sind hier auch weiter gezogen, aber einige sind hier auch noch direkt in der Situation drin und dürfen sich hier noch befreien, ja. Das ist hier auch viel zu viel die Belastung als die Entlastung, ja. Löhne. Also ich bekomme hier ganz, ganz viele Themen, da sich eben auch das Berufliche zeigt. Und hier ist so dieses Miteinander, Füreinander, Gleichzeitig Gegeneinander, ja. Schau mal, wir haben hier das Adrenalin und wir haben hier sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer ähnestes Wesen entfüllt, vertieft sich eure Verbindung. Also es steht hier jemand zwischen euch, ob das jetzt Kinder sind, ob das jetzt ein vergangener Partner ist, ob das eine vergangene Partnerin ist, ob das die Familie ist, schau da bitte, die Mutter, ja. Also es steht hier jemand noch zwischen euch, auch in diesen neuen Gegebenheiten, du dich aber davon nicht abbringen lassen solltest. Das heißt, du möchtest das und das erlernen, du möchtest das und das erreichen, du möchtest den und den Partner, diese Partnerin. Ja, hier geht es auch viel um Durchsetzungskraft, sich durchzusetzen mit Ernst, Engel, Michael. Und du bekommst hier diese Kraft. Die Engel geben dir diese Kraft, den Fokus für dich einzunehmen, in der Form, was möchtest du. Und hier zeigt sich definitiv eine Liebe. Es wird hier ein Abenteuer stattfinden. Wir haben hier, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Also es geht hier viel um Gebete, viel um Wunscherfüllung, viel um Dinge. Vielleicht hast du auch viele Wünsche abgesendet und die stehen plötzlich alle vor deiner Tür, in verschiedenen Arten, Weisen und Formen. Aber siehst du hier auch, dass es so etwas ist, dass der eine oder andere das hier noch gar nicht so gesehen hat oder sprich gemerkt hat in der Form. Also auch in der Situation, möchte man hier Adrenalin und Feuer leben oder möchte man hier Beständigkeit leben, zeigen sich auch die Dualseelen in dieser Entscheidung schon zu sein. Was möchte man? Möchte man die heimliche Verbindung, sprich die dritte Option sein, das fünfte Rad am Wagen? Ich bekomme das hier leider so. Das bekomme ich hier sehr, sehr stark. Und auch da liegt es in der Entscheidung. Es liegt etwas im Entschluss, dass man hier einen Entschluss fasst, der im Unterbewusstsein schon längst gefasst wurde, aber der Verstand immer und immer wieder irgendwo abgelehnt hat. Und das kommt zum Tragen. Es kommt nach oben, was man diesbezüglich möchte. Und hier wird sich etwas intensivieren im positiven Sinne. Kann auch im negativen Sinne sein, in der Form, wenn du hier in einer Partnerschaft bist und es kommen immer wieder und immer wieder Schreitigkeiten und Konflikte, sind hier die Warnsignale. Dann kurzweich gibt es hier ein Abenteuer, sprich Unternehmungen und dann am nächsten Tag sieht es wieder genauso aus wie vorgestern. Ja, sehe ich hier einmal auch. Deswegen schau bitte, denn hier geht es um Befreiung. Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Und wir haben hier eine ganz, ganz klare Botschaft. Er oder sie liebt dich. Also so oder so wird sich hier etwas intensivieren in deinem Leben und du wirst dich auch nicht mehr wiederkehrend auf eine Albtraum-Situation diesbezüglich da einlassen. Das bekomme ich hier auch, weil du lässt etwas hinter dir. Du lässt hier definitiv etwas hinter dir, wo du weißt, es ist ein erneuter Albtraum. Da möchtest du nicht mehr sein. Traumsituation, Tagträume sowie Nachtträume. Ja, also auch in der Form, dass du diese Träume notierst. Und du wirst dann erkennen, du wirst den Zusammenhang verstehen deiner Träume. Das bekomme ich hier auch. Du wirst einen Zusammenhang verstehen in Form, aber genau diese Person, diese Person wird dich kontaktieren, wo du schon von gewissen Dingen geträumt hast. Ich werde hier sehr oft gefragt nach Träumen. Ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten. Ich erzähle dir eine ganz, ganz kurze Geschichte. Ich kann dir ganz, ganz viel hier in dieser Hinsicht erzählen, aber das ist wirklich sehr, sehr kurz, weil ich eben intensiv auch Dinge vorab in Träumen sehe. Mir hat jemand, eine Person hatte mir mal vor langer Zeit ein Feuerzeug geschenkt und dann sah ich Wochen später eine andere Person in meinem Traum, die genau dieses Feuerzeug in der Hand hielt von dieser anderen Person. Ja, die Details sind wichtig. Die Details geben dir diese Botschaften nicht mal in Form, was die Handlung ist. Ja, jemand kann lieb und nett und zuvorkommend sein. Achte bitte auf die Details. Ganz, ganz wichtig. Ja, ganz, ganz kurz hier eine Einlage in Form des Träumens, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, da eben auch intuitiv dann auch zu schauen. Ja, für dich das dann so heraus zu kristallisieren. Und vor allem liegt hier auch etwas so vermehrt in den Träumen. Ja, der eine oder andere träumt hier vielleicht täglich oder wöchentlich, der andere wiederum ganz, ganz selten. Achte bitte und schau bitte, wenn du das natürlich möchtest, auf deine Träume. Wir haben hier einmal das Ast der Stäbe. Das ist der Neubeginn. Hier findet für dich ein Neubeginn statt. Etwas ganz, ganz Neues tritt entweder in dein Leben. Entweder kennst du diese Person schon oder aber auch, du wirst jemandem begegnen. Auch hier für Singles. Schau da bitte. Ja, wir haben hier eine klare Botschaft. In der Situation etwas Neues möchte beginnen. Vielleicht möchtest du umziehen. Vielleicht ist es die Partnerschaft. Vielleicht ist es der Berufswechsel. Vielleicht ist es etwas, wo du ja auch vielleicht hier in Mutterschutz gehst. Oder hier, was sich mit Schwangerschaft zeigt. Ja, schau da bitte individuell für dich. Etwas, wo du da auch lange für gekämpft hast, sehe ich hier. Für gewisse Dinge, was hier mehr und mehr in die Planung, sprich Umsetzung auch geht. Ja, wir haben hier den Durchbruch. Irrelevant, wie du hier schaust. Das ist der Durchbruch. Das ist dein Durchbruch. Das Ast der Stäbe ist im klassischen Tarot, wo dir das Göttliche, das Universum, einen Stab aus dem Himmel reicht. Du bekommst jetzt diesen Stab aus dem Himmel gereicht. Und jetzt darfst du schauen, möchtest du es annehmen oder aber auch nicht. Der Weg ist dir offen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Möchtest du frei sein in dieser Art, Weise und Form? Dich befreien von den Dingen, wo du immer und immer wieder in die Rechtfertigung gehst. Wo du immer und immer wieder dich unterdrücken lässt. Partnerschaften. Irrelevant, wo das ist. Ja. Du möchtest frei sein. Das sehe ich hier. Und du wirst dich befreien. Du bist hier schon mit diesem Stab. Das heißt, du hast die Hand schon ausgestreckt. Im Metaphorischen. Für das, was kommen möchte. Und das wird geschehen. Definitiv. Wir haben hier den Durchbruch. Der Ritter der Erde. Hier bespringt jemand über seinen eigenen Schatten. Das ist definitiv irrelevant, ob du das bist, ob er oder sie das ist. Aber in der Gemeinsamkeit sprich, nur wenn du auch bereit bist, ja, diese wundervolle neue Energie auch anzunehmen. Das Kind ist ebenfalls die Verwunderung. Das Neue. Etwas Neues wird erscheinen. Wir haben hier auch viel das dritte Auge, die Intuition, die hohe Priesterin. Hier zeigt sich sehr viel Intuition. Wir haben hier die Acht des Feuers. Ja. Du warst bislang hier in diesen Dingen, wo sich andere einen Vorteil verschafft haben. Das heißt, jemand schaute nur auf seine eigenen Bedürfnisse. Irrelevant, ob das jetzt eine weibliche Person oder eine männliche Person ist. Ja. Alles das, was ich hier schon sagte. Du schaust jetzt aber auf deine Bedürfnisse. In der Form, dass du jetzt hier auch in gewissen Dingen sehr stark gelernt hast, Zurückhaltung geübt hast, Geduld geübt hast, bekomme ich hier, weil ich sehe, dass die Zurückhaltung hier sehr, sehr stark liegt. Das heißt, du hast diesen ganzen Zeit gegeben, Zeit und Raum gegeben, sich zu entwickeln, dich selber zu entwickeln und dich zu entfalten, weil hier liegt sehr viel Entfaltung. Ja. Ich bekomme hier wirklich, dass du rausgehst aus diesem Kokon. Deine Flügel, im Metaphorischen gesprochen, die passen hier nicht mehr rein in diese Metamorphose, in diese Blase. Ja. Und du möchtest jetzt fliegen. Du möchtest freisand. Und das wirst du jetzt sein in Form dieser Entscheidung. Die du getroffen hast, die er oder sie treffen wird oder aber auch noch wirst. Ja. Die 10. Erde ist die absolute Erfüllung. Stabilität, Wachstum, Jachthafen, Zuhause, dein inneres Zuhause, dein Zuhause, wie es sich entfaltet, wie es erblüht. Durch das, was du gelöst hast in der Vergangenheit, auch im jetzigen, was du derzeit dabei bist zu lösen, zu entfernen, Erz. Erinnere, Michael. Energien, die dir nicht gut tun. Wo man sich über dich gestellt hat. Wo man sich vor dich gestellt hat. Vor dir gedrängelt hat. Das brauchst du nicht mehr. Davon bist du frei. Und du hast auch nie auf deine Bedürfnisse geschaut. Nie. Ja. Du warst die näherende Energie, die gebende Energie. Bist du weiterhin. Aber du schaust jetzt, dass du dich näherst. Und umso mehr wirst du mit Liebe umhüllt. Schau mal hier, wir haben hier die Entschlossenheit und hier auch nochmal viel Vergangenheit. Ganz viel Vergangenheit. Wir haben hier die Entschlossenheit. Wir haben hier Game Over, Restart. Die Entscheidung. Du stehst jetzt vor einer gravierenden Entscheidung. Wir haben die psychische Manipulation. Heißt auch nochmal, was möchtest du? Ja im Weiterhin. Oder geht man jetzt in dieses Nein? Nimmt man hier das Ast der Stäbe, den Neubeginn, jetzt an. Ein neues Abenteuer erwartet dich. In Form. Ich zeige dir das hier noch einmal. Die Past Life. Ihr habt euch schon früher gekannt. In der Form, dass hier jemand kommt und geht. In der Kommunikation oder bei dir vor der Tür steht. Gewährst du dieser Person nochmal Eintritt. Achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Auf was läuft das Ganze hinaus? Was möchte er oder sie? Einen Vorteil verschaffen. Hier durch dich ja auch Öffentlichkeit im Mittelpunkt stehen. Ja. Bekomme ich hier auch. Ich sehe, dass das etwas aus der Vergangenheit ist. Weil wir haben hier die Past Life. Das sind vergangene Themen. Ja. Womit du bewusst konfrontiert wurdest. Aber hier ist die Auflösung. Die Entscheidung. Wirst du fallen. Du bist absolut davon entschlossen. Dass du eben hier etwas nicht mehr möchtest. Und hier in Dingen, was Neues auf dich zukommt. Dass aufgrund, dass du eine Albtraum-Situation nicht nochmal passieren lässt, wird es auch nicht mehr stattfinden. Das heißt, diese Personen, diese Situation haben gar keine Chance mehr, in dein Leben einzutreten, weil du in die klare Aussprache gehst. Ja. Das heißt, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und wer deine Grenzen nicht akzeptiert, darf sich auch nicht weiter in deinem Paran aufhalten, in dem metaphorischen gesprochen. Was ich sagte mit der Aufsortierung. Ja. Also einmal hier die psychische Manipulation in Kombination, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich, Engelsbotschaften, Träume, Signale, Zeichen. Du achtest jetzt darauf, auch in Form. Ja, wir haben hier den Teufel, wir haben hier die sexuelle Vereinigung, auf was das Ganze hinausläuft, auch in dieser Art, Weise und Form. Ja. Der Teufel ist, hat eine Macht, die Macht der Anziehungskraft. Und der eine oder andere ist hier mit einer gewissen Person konfrontiert, wo man dessen Anziehungskraft nicht widerstehen kann. Körperliche Anziehungskraft. Aber auch das wirst du jetzt für dich entscheiden. Weil ich sehe, dass es hier immer wieder so zu gewissen Konflikten kommt. Es ist hier definitiv auch eine Liebe. Du gehst ja in den direkten Neubeginn hinein, weil du hier jetzt die Zeichen und Signale beachtest. Und hier finden auch ganz, ganz viele Seelenpartner zusammen. Ja. Das bekomme ich auch. Das geschieht sehr, sehr stark in diesem Jahr. Die Entschlossenheit. Jemand ist hier fest davon entschlossen. Es ist die Past-Life-Beziehung. Ihr kennt euch bereits aus einem früheren Leben. Und du wirst etwas Vergangenes nicht mehr neu starten. Es liegt dennoch in deiner Entscheidung, weil die Karte ist die Entscheidung. Nochmal Revue passieren lassen oder aber auch Level ist beendet. Ja, das Spiel ist beendet. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Und hier kommt dadurch, dass du immer optimistisch geblieben bist. Diese Erfüllung in dein Leben. Du wirst ankommen mit absoluter Sicherheit. Und das hier bis zum August. Irrelevant, wie du hier schaust. Noch einmal, wenn du auf diesen Gegebenheiten rausgegangen bist. Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Und du bist hier die absolute Anziehungskraft, auch als männliche Person. Hier ist, schau dir bitte diese männliche Person an. Hier ist jemand absolut entschlossen, was deine Person beinhaltet. Ja. Denn zu vergangenen Themen sagst du, nicht nur vielleicht, sondern konsequent nein. Hier wird es sich etwas intensivieren zwischen euch in diesem Neubeginn, weil du hier nicht aufgegeben hast, weil du hier immer vertraut hast. Du hast hier dieses genährt. Du hast den Abschluss. Hier ist ein Sarg. Die Transformation. Du bist dir selbst treu geblieben. Immer und immer wieder hast du auch diesen Glauben nicht aufgegeben. Den Glauben an deine Erfüllung nicht aufgegeben. Und deswegen betrittst du hier jetzt auch ein ganz, ganz neues Terrain, weil du weißt, was du möchtest. Das sind hier stürmische Zeiten im Sinne von absoluter Durchbruch. So, meine Liebe, meine Lieber. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Füll dich umarmt. Bis dahin.